Meine Damen und Herren, wir sehen zwei Gründe, warum wir als EU die PKK jetzt von der EU-Terrorliste streichen sollten. Wir glauben einerseits, dass die Gefahr einer Eskalation des Konfliktes zwischen Kurden und Türken in der Türkei steigt und dass wir glauben, dass Diplomatie noch eine Chance hat und dass wir hier den Anreiz zur Diplomatie setzen sollten. Das tun wir, indem wir von dieser Liste runternehmen. Das wird die eine Sache sein. Die andere ist, dass wir glauben, dass wir mit den Kurden zusammen gegen IS kämpfen können und dass wir glauben, dass wir alle gemeinsam vereint sind in dem Ziel gegen die Peschmerger, die Miliz, die im Nordirak ist, aber die Kurden in der Türkei können auch dazu dienen. Da werde ich in meinem letzten Punkt drüber reden. Insofern glauben wir, dass das eine gute Idee ist. Wir glauben, dass es verschiedene Gründe für die EU gibt, die Autonomie der Kurden vor allen Dingen auch in der Türkei zu unterstützen. Einerseits, weil es ein andauernder Konflikt ist, der auch früher häufig mit Waffen und Wünschen geführt wurde. Andererseits, weil die unterdrückte Gruppe, in dem Fall die Kurden, auch hart diskriminiert werden. Und wir glauben, dass es zu der moralischen Charta der EU gehört, sich gegen die Unterdrückung von Menschen aufgrund ihrer Sprache oder ihrer Glaubensansicht dagegen zu sein. Okay. Pragmatischer Grund, warum das aktuell der Fall ist, wir glauben, dass der Konflikt jetzt erstens schon sehr lange und sehr blutig geführt wurde und deswegen eine Integration unwahrscheinlicher ist. Deswegen glauben wir, dass wir die Autonomiebewegung unterstützen sollten. Und wir glauben außerdem, dass dadurch, dass wir jetzt den Herr Schmergern Waffen liefern, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Waffen auch an die Kurden weitergegeben werden. Weil ich meine, das sind alles insgesamt... Ja, ne? Die kennen sich halt. Und wir glauben, dass es deswegen wahrscheinlich ist, dass die Waffen auch hier durch die Gegend, dass die Waffen zu den Kurden kommen. Und dass deswegen ein Konflikt mit Waffen wahrscheinlicher wird. Und deswegen müssen wir jetzt den Anreiz zur Diplomatie setzen. Wir glauben, dass es dafür noch nicht zu spät ist. Bevor ich dazu komme, in dem ich Keiß Verständnis frage. Was ist diese Antiterrorliste und was sind die Kriterien dafür? Ja, mach ich gleich. Ja, das passt ganz gut. Okay. Wir glauben, dass die Liste erfüllt verschiedene... oder mit der Liste macht man verschiedene Sachen. Einerseits nimmt man bekannte Mitglieder fest, dass weil die Zugehörigkeit zu einer Terrororganisation eine Straftat ist, sodass, wenn die dann irgendwie einreisen in die EU zum Beispiel, dann werden die festgenommen. Die müssen dann zurück ins Gefängnis... ja, wahrscheinlich zurück ins Gefängnis in der Türkei. Man kann sie nicht unterstützen. Also man kann ihn auch... ja, man macht eine moralische... ein moralisches Blaming und Shaming. Vor allen Dingen ein Shaming anderer Unterstützer, sodass auch unwahrscheinlich ist, dass andere Staaten sie unterstützen. Und man spricht sich auch explizit gegen das Ziel der PKK aus, nämlich diese Autonomie. Und wir glauben, dass das eben nicht mehr richtig ist. Die Mittel, nicht das Ziel. Den Faktor schränkt man den Handlungsspielraum. Ach ja, aber wenn du sagst, naja, die... die haben ja... und da... okay. Schauen wir uns an, was für Aktivitäten die PKK in letzter Zeit gemacht hat. Früher, geben wir zu, waren das häufig blutige Aktivitäten, in denen auch Terrorakte und Bombenattentate vorkamen. Aber wir sehen, dass hier eine Diplomatiebewegung an Boden gewonnen hat, auch innerhalb von der PKK. Wir sehen, dass es ungefähr... es ist ein Jahr her ungefähr, dass die PKK mit der türkischen Regierung gemeinsam Verhandlungen aufgenommen hat. Diese Verhandlungen wurden unilateral von der türkischen Regierung aufgekündigt. Insofern sehen wir, dass hier nicht die PKK... Und deswegen ist es keine Terrororganisation mehr? Die PKK hat versucht, einen Schritt auf die türkische Regierung zuzugehen, hat versucht, in diplomatischen Beziehungen hier Boden zu fassen. Und das wurde ihnen ins Gesicht geschlagen von der türkischen Regierung. Und wir glauben, dass das Ziel, was sie hatten, nämlich die Eingliederung in den demokratischen Prozess, mit dem Ziel, so viel Autonomie wie möglich für diese Region in der Osttürkei zu bekommen, dass das ein gutes Ziel ist. Und Kai sagt, naja, aber die haben ja immer die falschen Mittel gewählt früher, die haben Bomben geschmissen und so weiter. Ja, aber jetzt wählen sie das Mittel Diplomatie und wir glauben, wir sollten sie dabei unterstützen. Weil wir glauben, dass das richtig ist. Und wenn wir sie nicht mehr auf die Liste setzen, dann glauben wir, dass es ein Anreiz dazu ist, weniger Terroraktiv zu begehen, weil sie eben jetzt sehen, dass sie als diplomatische oder als Verhandlungspartner eher wahrgenommen werden. Wir glauben auch, dass es dazu führt, dass die Türkei viel eher Verhandlungen mit ihnen aufnehmen wird. Warum? Warum? Genau. Erstens, weil wir glauben, dass die EU der richtige Body dafür ist. Weil die Türkei ein großes Interesse an EU-Beziehungen hat, sowohl wirtschaftlicher hat, wir wollen ja auch ein bisschen dabei sein. Wir glauben also, wir haben Einfluss darauf weiterhin, weil die EU-NATO-Mitglied ist und auch gute Beziehungen dahin haben möchte. Und außerdem, weil wir glauben, dass auch die Türkei sieht, dass der IS eine Bedrohung ist und auch die Türkei dann sagt, okay, dann arbeiten wir vielleicht lieber mit den Kurden zusammen, die ja nun weniger schlimm sind als der IS. Insofern glauben wir, dass das hier eine gute Sache ist. Bevor ich zu dem Verhältnis zum IS komme, nehme ich noch das. Es gibt eine legal erlaubte kurdische Partei in der Türkei, die regelmäßig ins Parlament einzieht und auch lokalen Kommunalwahlen, Bürgermeister und so weiter stellt. Warum reicht es nicht aus für den Fortschritt? Warum müssen wir jetzt eine Terrororganisation zurückholen? Naja, also einerseits habe ich ja schon beschrieben, dass es einen Prozess gibt, weg von den terroristischen Akten und eher hin zu diplomatischen Sachen. Deswegen müssen wir da noch irgendwann mal einsehen, dass man es vielleicht nicht mehr Terrororganisationen nennen kann. Und zweitens glauben wir, dass diese Organisation immer noch viel mehr Rückhalt in der Bevölkerung hat, als diese Partei, die sich da in die Parlamente wählen lässt. Und deswegen glauben wir, dass wir brauchen den Rückhalt aus der Bevölkerung, den hat nun mal die PKK. Deswegen glauben wir, dass wir diese diplomatischen Beziehungen auf dieser Basis machen können. Ganz kurz zum Verhältnis zum IS. Einerseits glauben wir, dass wenn es eine stabilere, autonome Region, kurdische Region im Osten der Türkei gibt, dann kann sie als Rückzugsbasis auch für die Peschmerga genutzt werden, sodass deren Kampf gegen den IS effektiver werden kann. Das halten wir für eine gute Sache. Wir glauben nicht, dass wir erklären müssen, warum der Kampf gegen den IS hier richtig ist. Und wir glauben, dass auch die Unterstützung der Peschmerga viel wahrscheinlicher wird, wenn man eben jetzt dieses Shaming liftet von der PKK in der Türkei und dass deswegen die Unterstützung von den Peschmerga steigt, was auch den Kampf gegen den IS gefördert. Aus all diesen Gründen bitte heute mit der Regierung. Vielen Dank.